Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch einem anderen Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena. Ich spiele Wettbewerb, habe Gott sei Dank gerade noch mal 4 Tickets bekommen, 3 Tickets bekommen war das. Genau, jetzt habe ich 5 Tickets, deswegen kann ich Wettbewerb spielen. Kostet ja immer ein Ticket, eine Runde. Viel Spaß! Die erste Runde geht los. 3, 2, 1, go. Get out of my way. Also, die Runde ist sehr schlimm, wenn man Raketenwerfer und so hat. Boah, die Brille, die nervt. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ich bin nicht super lachet. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ich bin nicht super lachet. Ah, ah ah. Herr ist zu schnell. Ok. Raketenwerfer am Start. allerdings so der eine da ist der der mich abgeschossen hat ja q und wir gehen drauf gut getroffen okay ja q ist tot das wieder Wo? Lass mich durch hier! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Oh, da! Jawohl! Wortschuh! Wortschuh gekillt! Abonniert mich durch! Killing spree! Well done! Wortschuhl 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 das war schön so könnte ich gern noch mal das war hier hintergehen die akku ist damit bestimmt mit rakete werfen ja hat er aber links herumlaufen macht spaß Ja, blööööööö! weiss neuen kids drei unterstützungen ist gut würde ich sagen gut dann gehe ich mal weiter zur nächsten runde erst mal schauen uns an wie die punkte verteilt worden sind 1201 bis genau die zweite runde geht los wir starten mit den hier oh Ja, das war ein bisschen doof von mir, aber bleibt vielleicht jeder mal sein. Ja, das war ein bisschen. Also am besten ist es mit denen hier vorne in der Mitte zu rennen, so schnell es geht. Ah, Mist. 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 Los, los, los! Los, los, los! Jawohl! Nice! 2-0! Oh, ich war wieder der MVP! Wo will Readme? Schön! Wieder ein paar Queste fertig. Auch gut. Ich glaube, das waren jetzt alle Queste, bis auf die eine mit den 4000 EPs für einen Pilot. Und wieder Platz Nr. 1. Gut, dann bis gleich. Die Runde Nr. 3 geht los. Ich hoffe, die wird auch so gut wie die anderen beiden. Das war ja bislang nur die allererste Runde richtig doof. Ach! Das war bestimmt, weil ich die Pulle auf hatte und nicht zielen konnte. Ah! Minder! Minder! Du bist minderwertig! Minder! Minder! Ja! Minder! Ja! Ja! Dramatische Musik Dramatische Musik Down Lass mich hier durch schon wieder minder ok das war die erste Runde die Schlacht habt ihr gewonnen aber den Krieg noch nicht war doch so oder? ich kann mal wieder mit den hier hin ok schon wieder minder das gibt es doch nicht mein größter Feind ist minder hier down down hoch 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 down hoch 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 ach Mist minderbar auf Platz 1 mit MVP oh ne auf platz 3 ich dachte schon weil er mich dreimal gekillt hat letzte runde wäre verloren was soll es mal verliert man und mal gewinnen die anderen ist ja so gut ich würde sagen das war's für heute ich sage danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du nichts dabei gesagt bis dann wieder viel spaß und auf wiedersehen